So jetzt kommt noch mal eine Tour alleine, dafür mit drei Kameras. Jetzt ist also ordentlich was zu sehen gleich. So jetzt kommt noch mal eine Tour alleine, dafür mit drei Kameras. So jetzt kommt noch mal eine Tour alleine, dafür mit drei Kameras. So jetzt kommt noch mal eine Tour alleine, dafür mit drei Kameras. So jetzt kommt noch mal eine Tour alleine, dafür mit drei Kameras. Man, 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 man. Ja, schön, einmal den Böschung.